Und willkommen zu der neuen Billing-Raketenserie. Heute haben wir die Schox-Explosive-Raketen von Leslie. Dann schauen wir mal, ob das klappt. So, packen wir erstmal hier rein. Sehr schön. Okay, die Flasche hält sogar auch so. Dann gucken wir uns das Ganze jetzt mal an. Nice. Hat ja schon mal sehr gut geklappt. Und jetzt machen wir noch die Zweifel, Leute. Nice, Leute. Okay, das war richtig geil. Und dann bis zum nächsten Mal. Lutz.